Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich Willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Book Club, ein neues Kapitel. Und zwar ist das der zweite Teil zum 2018 erschienenen Film Book Club, das Beste kommt noch. Der Film wird am 11. Mai in die deutschen Kinos kommen. Stu hat ihn gesehen und ich werde ihn heute fragen, wie er ihn fand. Stu, kannst du mir dann kurz oder den Zuhörern zusammenfassen, um was es in diesem Film überhaupt geht? Wir sehen eine neue Geschichte des Book Clubs. Der besteht aus Diane, aus Vivian, aus Sharon und Carol, die ja im ersten Teil so ein bisschen ihr Privat- und Liebesleben so ein bisschen, ja, wieder ins Rollen gebracht haben. Dadurch, indem sie Fifty Shades of Grey gelesen haben. In der Fortsetzung spielt aber die Buchlektüre eigentlich gar keine Rolle mehr. Denn die von Jane von der gespielten Vivian steht kurz davor, zum ersten Mal in ihrem Leben zu heiraten. Und mit ihren Freundinnen macht sie einen Junggesellenabschied im Urlaub in Italien. In Bella Italien. Der führt sich von Rom nach Venedig in die Toskana. Und dort lernen die drei Frauen, nein, vier Frauen sind es, lernen dort, was es heißt, lebendig zu sein. Okay, wunderbar. Du hast ja schon gesagt, du hast die Schauspielerinnen schon aufgezählt. Und für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, wie alt die Schauspielerinnen sind, wie alt sind denn die Figuren im Film? Oh, das wird, glaube ich, meines Erachtens gar nicht so richtig gesagt. Aber die sind alle so, ich würde schätzen, Anfang, Mitte 70. Okay, das heißt, es ist so ein typischer Film, in dem es um eine Frauenfreundschaft geht, die schon etwas älter sind, die noch was Besonderes erleben. Genau, wir hatten das ja erst vor ein paar Wochen, den haben wir ja auch zusammen mit dem Sven besprochen, diesen Brady's Ladies. Also wenn ihr solche Filme mögt, dann kann ich sagen, ist auch Book Club 1 und 2 wahrscheinlich was für euch. Aber jetzt nehme ich mein Fazit auch ein bisschen vorweg, das ist jetzt auch nicht gut. Oh nein, oh nein. Ja genau, da habe ich auch dran gedacht, Brady's Ladies sind ja auch vier Damen um die 80, die zusammen Super Bowl-Fans sind. Also auch ein Club aus vier Ladies, denen im hohen Alter noch etwas Besonderes passiert. Okay, du hast uns den Film zusammengefasst. Du hast mir erzählt, dass du auch Book Club 1 gesehen hast. Ja, wobei. Kleine Anekdote. Ich habe mich für die Presseverführung gemeldet. Und dann fing mir ein, ach, das ist ja eine Fortsetzung. Ich kenne den ersten Teil ja gar nicht, verdammt. Und habe dann halt so ein bisschen so ein paar alte Kritiken gelesen und unter einer Kritik stand mein Name. Und dann dachte ich so, verdammt, dann habe ich ein bisschen recherchiert und ich habe die wirklich gesehen damals im Kino 2018, aber ich wusste es nicht mehr. Was sagt das über mich aus? Gott. Ja, was sagt das über dich aus? Oder auch den Film? Das könnte man ja dann überlegen. Das heißt also, würdest du sagen, man muss den ersten Teil gesehen haben, um den zweiten genießen zu können? Ich glaube natürlich, dass es schon ein bisschen hilfreich ist. Andererseits, ich war mit jemandem in dieser Vorstellung drin, der den ersten Teil nicht gesehen hat und der hatte keinerlei Probleme, der Geschichte zu folgen. Also die Geschichte ist sehr einfach gestrickt, genauso wie die Charaktere. Es ist jetzt kein Game of Thrones, will sagen. Wenn man die erste Staffel nicht gesehen hat, kommt man hier mit der zweiten Staffel sehr gut zurück. Okay, wunderbar. Also das Ganze wird versetzt nach Italien, hast du erzählt. Und der Film heißt ja Book Club. Für mich als Bücherfan wäre da eine ganz wichtige, essentielle Frage, geht es eigentlich überhaupt noch um Bücher? Im ersten Teil ging es ja um Fifty Shades of Grey, hast du kurz angerissen. Und im zweiten Teil? Im zweiten Teil gibt es ein Prolog, wo halt erzählt wird, wie die vier Freundinnen die Corona-Zeit erleben. Und dann gibt es, glaube ich, insgesamt in diesem ganzen 105 Minuten langen Film, glaube ich, 20 Sekunden, in dem sie über Bücher reden. Wie lang ist der Film? 105 Minuten, circa, glaube ich. Okay, also es ist okay. Es ist keine Überlänge, kann man für so ein Genre also gut mitnehmen. Ja, aber wenn du halt jetzt erwartest, dass die vier Damen da über Bücher reden, es tut mir leid, das kommt wirklich bis auf den Prolog ganz, ganz kurz nicht vor. Na toll, okay, also ein bisschen irreführender Titel. Ja. Okay. Ja, ja. Okay, wunderbar. Gut, dann kommen wir ja ein bisschen schon, du hast es schon angerissen in dein Fazit. Wir steigen da aber jetzt langsam strukturiert hinein. So wie wir es von ihr lieben. So wie wir es von mir lieben, von uns lieben, genau. Also die beiden fangen nur mit dem Prolog. Die vier sind nur im Prolog. Mit Büchern haben sie nur damit zu tun. Und dann geht es eben um diese Hochzeit und es ist hier ein Junggesellenabschied. Und sie reisen dann direkt nach Italien. Könnte man also sagen, wenn man in Italien Fan ist, dass dieser Film dann was für einen ist? So ein bisschen Fernweh? Ja, also das ist schon ein Touristenkatalog, dieser Film. Der zeigt hier wirklich Italien im absoluten Hochglanzformat. Und alle Klischees, also alle positiven Klischees werden erfüllt. Selbst die Gepäckdiebe in Italien sind charmant und freundlich. Also wo sie auch hinkommen, ist immer bestes Wetter, immer gute Laune. Und es ist, glaube ich, wirklich ein Werbefilm für Italien. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass nach dem Film ein paar Leute sich denken, Schatz, weißt du was? Nächste Sommerferien in Italien. Da müssen wir mal recherchieren, ob der auch gefördert wurde von Italien. Ob da auch so ein bisschen Werbeetat vom Lande aus da drin steckt vielleicht. Das könnte durchaus sein, aber ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall, er wird, wie heißt das so schön, nicht heim wie Fernweh auslösen. Das auf jeden Fall. Genau, auslösen, aber vielleicht auch ein bisschen erfüllen. Also, dass man sich sagen kann, okay, der Bücherdrang wird offensichtlich schon nicht erfüllt, aber vielleicht so ein bisschen. Ich habe Lust auf Italien, dann gucke ich mir den vielleicht so ein bisschen an. Ja, wobei da als Warnung, dieser Film hat natürlich auch einen Soundtrack und ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber gefühlt besteht der Soundtrack dieses Films nur aus zwei Liedern. Nämlich Mambo Italiano und Volare. Und das in Dauerschleife. Ich war danach wirklich ein bisschen rambösig im Schädel. Ich habe ja den Trailer angeguckt zu Book Club 2 und da lief das mit dem Mambo Italiano ja schon zweimal und da hat es mir schon gereicht. Okay, das ist eine gute Vorwarnung. Okay, also in Italien scheint nur die Sonne, alle sind charmant. Was ist denn dann der Reiz des Films? Also gibt es überhaupt irgendwas, wo es schiefläuft, wo wir dann hoffen, kommen die Freundinnen wieder zusammen oder ist das alles hier nur happy, gute Laune und wir sehen einfach nur die ganze Zeit, wie es vielen reichen Amerikanern gut geht? Ja, das trifft es so ziemlich auf den Punkt. Man sieht vor 105 Minuten, wie es sehr vermögend den reichen Amerikanern einfach unglaublich gut geht. Natürlich gibt es so die typischen Lebenskrisen, also Jane Fondas Vivian, die ja heiraten wird oder soll, die hadert so ein bisschen, weil sie halt immer die Junggesellin war und immer auch so ein bisschen die Rebellin und die Erfolgsfrau. Und jetzt soll sie halt eben ihren Prince Charming heiraten, das mit Mitte 70, ist das nicht zu spät oder vielleicht gar zu früh und ja, aber so richtige Probleme haben die vier jetzt nicht. Und ich muss sagen, ich kann ja schon verstehen, dass nicht jeder Film irgendwelche sozialen Probleme ansprechen will und muss, aber dieser Film gibt vor, dass es da um Lebensweisheiten geht, aber letztlich ist es wirklich nur, dass die 105 Minuten lang bei bestem Wetter ein Abenteuer, in Anführungszeichen, Abenteuer nach dem nächsten erleben und Sachen machen, die sich kein Normalsterblicher leisten kann. Also das ist so, es wird so eine Art Traum vorgelebt, der für uns, glaube ich, alle ziemlich weit entfernt ist und ich zumindest von meiner Seite kann sagen, ich finde daran wenig Interessantes. Also ich habe mich größtenteils wirklich sehr gelangweilt. Ah, okay. Und du hast Abenteuer in Anführungsstriche gesetzt, weil es einfach kein Abenteuer ist, sondern sie in einer geschützten Umgebung irgendwelche vorhersehbaren Dinge. Ja, und vor allem für mich ist das Kaufen eines Kleines kein Abenteuer, aber für die vier Damen halt eben schon, das meine ich damit. Ja, verstehe, okay. Was ist denn der, wieso sind es denn vier? Hätten es auch nur zwei sein können? Haben die verschiedene Rollen? Ist da irgendwie in ihrem Zusammenspiel irgendwas wenigstens spannend? Ja, also diese Charakterdynamiken sind schon verschieden, aber auch recht klassisch. Wir haben Diane gespielt von Diane Keaton, die halt Diane Keaton spielt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Ja, wie in Brady's Lady wahrscheinlich wieder. Exakt, exakt. Jane Fonda, die ja auch bei Brady's Ladies dabei war, ist quasi dasselbe Modell. Ist jetzt falsch ausgedrückt. Candice Bergen, die kennt man aus Boston Legal, spielt Cheryl. Das ist eine ehemalige Richterin. Das ist so ein bisschen so der, ja so Bemassel, würde ich sagen. Also die prescht nach vorne und ist schon sehr robust. Und dann haben wir Mary Steenburgen als Carol. Das ist so ein bisschen, ja, das, nicht Mutchen, aber so ein bisschen die eher heimliche, die sich Sorgen macht, weil ihr Mann hat einen Herzinfarkt und sie überwacht ihn dann mit Kameras. Und während sie in Italien ein Prosecco trinkt, hat sie immer ein Auge darauf, dass er sich heimlich zu Hause kein Bacon macht, der arme Kerl. Ah ja, okay. Das, wenn wir dann, also zu Brady's Ladies nochmal zurück, da hatten wir ja drüber gesprochen, wie das waren vier ältere Damen, dass bei solchen Filmen, wo es auch um diese Altersgruppe geht, dass oft auch Themen angesprochen werden oder werden müssen, Fragezeichen. Dass es geht oft um Tod, es geht um Krankheiten, es geht um die Vergänglichkeit des Lebens. Ist das in diesem Film dann auch ein Thema? Wir hatten ja damals drüber gesprochen, dass das irgendwie, ich glaube, unser Fazit war, dass wir das irgendwie blöd finden, dass in dieser Altersgruppe diese Themen immer angesprochen werden müssen, weil ja auch diese Altersgruppe vielleicht auch ganz normale Dinge gerne besprochen haben muss. Wobei du ja schon gesagt hast, dieser Film ist ja vielleicht nicht für normales, weil wir eben wieder mal superreiche Menschen sehen, die irgendwas erleben. Aber geht es hier auch um solche Themen, die eben mit dem Alter zu tun haben? Ja, aber bei Brady's Ladies war das ein bisschen penetranter umgesetzt. Hier hast du halt eben diese eine Situation mit dem Ehemann, der einen Herzinfarkt hatte und natürlich stellt man sich schon die Frage, wie lange hat man noch, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Aber, das kann ich dem Film geben, er ist wirklich mehr darauf aus, diesen Figuren, sage ich mal, eine gute Zeit zu gönnen, als sie jetzt mit ihrer Sterblichkeit andauernd zu konfrontieren. Also tatsächlich das tragischste, Achtung, Spoiler, ist, dass von Sharon die Katze am Anfang stirbt. Okay, ja, das ist okay. Gut, also alle, die gern die Trägerwarnung hier, es geht um tote Tiere, tote Katzen, für die ist der Film also nix. Und Jane Fonda. Für Leute, die von Jane Fonda getriggert sind. Pass auf, ich hasse es, wenn immer irgendwie auf welche Prominente gezeigt wird und dann gesagt wird, guck dir mal an, wie sie aussieht, weil sie Schönheits-OPs oder so hat. Mir tat zum Beispiel die Renée Selviger so leid, weil die anscheinend wohl OPs hatte und das ist, jeden macht seiner Fasson. Weißt du, wir in Köln sagen, jeder Jack ist anders. Ja, kenn ich, hab ich verstanden. Wunderschön, super. Ich muss aber sagen, ich hab jetzt gestern, wie gesagt, da gesessen und hab mir über 100 Minuten lang Jane Fonda's Gesicht auf der großen Leinwand angesehen. Und es ist, irgendwie hat's mir leid, weil diese, sie hat für mich keine richtige Mimik mehr, so blöd es klingt. Und ich möchte jetzt Jane Fonda nicht kleinreden, das ist eine großartige Schauspielerin, die viel geleistet hat und auch wirklich für viel verantwortlich war. Gerade in den 60er und 70er Jahren war die sehr wichtig. Aber, oh Gott, wie soll ich's jetzt ausdrücken, ohne fies zu klingen, aber ich sag's mal, wie es ist. Ich saß im Kino und hab mich die ganze Zeit gefragt, wo hört das Botox auf und wo fangen die Schnallgürbete an? Also es ist so, so eine, ich hab ein schlechtes Gewissen, dass ich das so hart sage, aber ich fand's echt gruselig. Ja, ich find's schwierig, diese Schönheits-OP-Themen, weil nicht nur jeder Jack ist anders, beziehungsweise ja auch, jeder soll halt machen, was er möchte. Und wenn sie sich im Kino fühlt, dann halt nicht, aber muss man dem dann Raum geben und muss man's so übertreiben? Ich hatte auch bei ihr immer den Eindruck, dass da nochmal ein krasser Filter drüber gelegt wurde, weil ihr Gesicht so in völlig einer Farbe manchmal wirkte. Also als wäre da so wirklich gar kein, jede Falte, jeder Schatten wurde ausgegmärgelt sozusagen. Ja, das ist es halt. Und, ähm, also, ich finde, dass die anderen halt, die strahlen so eine natürliche Schönheit aus. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch irgendwas machen lassen, das ist ja auch ihr gutes Recht, aber bei Jane Fonda fand ich's halt sehr, also das fiel mir sehr auf. Ähm, das, also, ich, es ist für mich kein mal jeder Kritikpunkt, aber irgendwie, es ist halt seltsam, wenn eine der Hauptfiguren, die Sympathien erweckt, äh, oder erwecken soll, äh, bei mir dann eher so, ja, schon so leichtes Schaudern auslöst, weil es so, 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 so fremd wirkt, ne, so fratzenhaft. Das tat mir echt ein bisschen leid, aber ich möchte das jetzt, wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich, äh, das ist Frau Fondas Entscheidung, nicht meine. Und wenn, äh, sie es dafür entschieden hat und das gut findet, dann sei dem so. Okay, das heißt, ähm, dieses ganze, die reiche Leute erleben etwas, es gibt nie wirklich was Schlimmes, was passiert, es wird nicht irgendwelche Sozialkritik wird dargestellt. Jane Fondas Gesicht, äh, Booklop führt ein bisschen in die Irre. Ist es vielleicht eine Alltagsgruppe, der wir noch nicht entsprechen, das klingt ganz so, als, ähm, wären wir vielleicht nicht die ganze Zielgruppe des Films. Ich meine, du hast ja dein, dein, dein Fazit schon ein bisschen durchblicken lassen, bevor du es gleich nochmal wirklich ganz genau sagst. Was würdest du denn sagen, für wen ist denn der Film? Also, wem könnte der Film denn Spaß machen? Also, wer jetzt solche Sachen mochte, wie den ersten Bookclub zum Beispiel, oder auch Brady's Ladies, ähm, der oder die wird da auch wieder eine schöne Zeit im Kino verbringen. Wer einfach, ich sag mal so, abschalten will im Kino, einfach sich einlullen möchte von diesem Traum von Italien, ja. Leute, die, die einfach Mammo Italiano hören und schon schwärmerisch irgendwo auf einer Wolke sitzen und Richtung Italien schweben, ähm, ist nichts Verkehrtes dran, habt damit euren Spaß. Aber für mich war es tatsächlich dann nichts. Und, ähm, ich fand den ersten Teil schon nicht so gut. Aber der erste Teil, der hatte noch so ein bisschen was Subversives, allein dadurch, dass es darum ging, dass diese vier älteren Damen durch dieses Fifty Shades of Grey so ein bisschen ihr Liebesleben wieder so, ja, so ein bisschen in Fahrt bringen. Und, ähm, dieser zweite Teil, der hat gar nichts davon. Der ist sehr bieder, der ist sehr, alles ist sehr erwartbar. Und, ähm, ja, es ist, es ist, es ist schade, weil solche großartigen Darstellerinnen, die so, die, die so viel schon geleistet haben, wie jetzt Candice Bergen, Jane Fonda, Diane Keaton und Mary Steenbergen, die verdienen eigentlich auch in ihrem hohen Alter noch große, schöne Rollen. Und es ist ein bisschen schade, dass sie dann sowas bekommen. Und, ähm, also nicht nur für sie, sondern auch fürs Publikum, wie ich finde. Weil letztlich, und ich glaube, das ist so mein finales Fazit zu dem Film, ist das eine ziemlich müde Mischung aus Touristenwerbung und Glückskeksweisheiten und noch ein paar Kalendersprüche obendrauf. Ähm, das ist mir dann zu wenig, aber ich verurteile niemanden, der damit seine Freude hat. Okay, es klingt so, als müsste man sich entscheiden, ob man auf ProSieben oder irgendeinem Streaming-Anbieter irgendeinen qualitativen Spielfilm guckt oder auf Vox das nächste vier Freundinnen und eine Traumreise anschaut, dass es eher so Richtung irgendwie Nachmittagssendung auf Vox wäre, ein bisschen. Ich sag's mal so, wie es ist, meine Mutter würde diesen Film lieben. Das ist doch schön. Das heißt, es gibt eine Zielgruppe für die und dein Film war es nicht so ganz. Wenn du dem Ganzen eine Bewertung geben würdest, könntest du das runterbrechen auf eine binäre, nicht binäre, auf eine Zahlen-einsortierbare Bewertung? Also, ich hatte gestern einen Aperol-Spritz zum Film und der hat durchaus geholfen, vielleicht nicht ganz so negativ auf den Film zu gucken. Deswegen gebe ich einen von drei Aperol-Spritz. Von drei, okay. Ja, das kann sicher jeder dann selber, von drei ist ja lustig, wir reden ja oft darüber. Ich finde ja von vier, ich bin ja ein großer Vertreter der vier, das vier Rating, aber drei jetzt so aus dem Nichtstu, da bin ich ja überrascht. Und vom Aperol-Spritz bin ich auch ein bisschen überrascht, tatsächlich. Tatsächlich war es mein, also ich habe schon einmal Aperol-Spritz getrunken, allerdings war es so ein Fertiger auf dem Supermarkt, den fand ich echt nicht so geil. Und gestern der Aperol-Spritz, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, er war so schnell weg. Hast du den Kinofilm im Kino gesehen? Ja. Okay, und da haben die den Aperol-Spritz so dazu angeboten zum Filmen? Genau, genau. Ah, das klingt nach der Mache auch ein bisschen. Das machen sie öfters bei solchen Presseverführungen, die abends sind. Mein Kollege hatte dann nur ein Bier und ich möchte auch sagen, liebe Grüße, Andreas, das wirst du eh nicht hören, aber er meinte zu mir so, ja, wir gehen da jetzt hin. Und ich so, dir ist aber schon klar, das ist der zweite Teil und das ist kein Film, glaube ich, der dir gefallen wird. Und er so, nee, 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 komm, wir gehen hin. Und nach ungefähr einer Viertelstunde beugte er sich zu mir hin und meinte, ich hasse dich. Ja, also es ist lustig, wenn man den Film also mit einem Getränk beschreiben würde, wäre es auf jeden Fall kein Bier. Es wäre kein Bier, sondern dann eben ein Aperol-Spritz und vielleicht sogar ein Aperol-Spritz aus dem Supermarkt. Nee, ein teurerer aus dem Supermarkt. Ja, wobei das Getränk des Films ist Prosecco, weil die saufen da wirklich ordentlich Prosecco. Okay, also hättest du eigentlich stilecht, wäre es ein Prosecco gewesen. Ich weiß gerade nicht, was ein Aperol-Spritz drin ist, aber kein Prosecco wahrscheinlich. Mineralwasser, so ein bitteres Alkoholika und ich glaube, Gott, ich weiß es gar nicht, Eiswürfel waren noch drin und eine Orangenscheibe. Klingt aber auch edel, also passt auch irgendwie. Okay. Okay. Mehr dazu in so einem Cocktail-Podcast, denn da ist der Tele-Stammtisch. Genau, die nächste Reihe ist, welcher Cocktail, bewegter Cocktail ist welcher Film? Und es wird nur noch Filme geguckt, wenn der passende Cocktail dazu getrunken wird. Und zwar mindestens fünf davon von dem Cocktail. Wild Schwein. Das war ein super Film. Alle Filme waren richtig gut, die da in dieser Reihe besprochen werden. Okay, aber zurück zu Book Club. Vielen Dankst du. Ich glaube, das hast du ein bisschen gut ausgequetscht. Oder wurde es ausgequetscht? Oder hast du gerade hier spontan noch einen Drang verspürt, noch schnell was zu diesem Film zu sagen? Ähm, also wenn ich deine Moderationskünste beurteilen müsste, dann würde ich sagen, vier von drei Aporo Spritzen. Okay. Sagen wir vier von drei Mojito, denn Aporo Spritzen ist nicht so mein. Ich wusste ja nicht mehr, was da drin ist. Mojito, die Frau hat wirklich Geschmack. Finde ich gut. Finde ich gut. Kling. Alles klar, darauf stoßen wir an. Wunderbar. Möchtest du dann auch das hier ausklingen lassen heute mit der Werbung? Äh, pass auf, ich mache dir ein super Angebot. Ich mache jetzt Werbung für den Tele-Stammtisch und dann zum Schluss darfst du nochmal Werbung für dich machen. Das hast du dir nämlich jetzt verdient. Ah, wunderbar. Dann leg los. Ja? Okay. Grüße gehen raus an unseren geschätzten Kollegen Maximilian Rauscher, der das Weißeste gesagt hat zum Thema Werbung aller Zeit. Nämlich, wenn ihr den Tele-Stammtisch unterstützen wollt, ihn gibt es überall, wo es Likes gibt. Also, lasst da ein Like da und folgt uns. Und damit wäre ich raus und the stage is yours. Hallo, mein Name ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger. Ich habe jetzt gar nicht geatmet, während ich diesen Saft gesagt habe. Von mir findet ihr Dinge auf Schlogger.de oder auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram unter dem Handle TheSchlogger. Da gibt es Comics und alle möglichen anderen Sachen, die ihr da umsonst lesen könnt und rausfinden könnt, wo ihr auch meine Bücher lesen könnt. Aber hier geht es ja um Filme. Das heißt, das Schlusswort wird auch um Filme drehen, denn wir hoffen, dass wir euch bald wieder beim Tele-Stammtisch hören. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.